Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Denn ich habe sehr viele Gespräche in letzter Zeit geführt zum Thema Marke. Wann fange ich denn eigentlich damit an? Wann schaffe ich denn eigentlich so diesen Kreativprozess, um ein tolles Logo zu entwickeln, eine tolle Identität aufzubauen, am besten digital? Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, okay, irgendwie fehlt da ein Schritt. Es geht irgendwie zu schnell. Also die Frage ist, vielleicht müssen wir da zwei Perspektiven anschauen. Das eine ist so die Perspektive des Startups vielleicht, neue Marke aufzubauen, aber auch eine Marke weiterzuentwickeln. Also wenn jetzt die Marke so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ob das jetzt eine Personal Brand oder eine Corporate Brand ist, völlig egal. Ihr wollt die Marke weiterentwickeln oder neu aufbauen, da ist ein Schritt davor zu erledigen. Denn ich spreche immer für drei wesentliche Schritte, um die es immer geht, um das ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Der erste Schritt ist die Positionierung. Also wie unterscheidest du dich mit einer Alleinstellung gegenüber deinem Wettbewerb? Und mit Alleinstellung meine ich Alleinstellung. Es gibt viele, die sagen, such eine Besonderstellung, Alleinstellung ist schwierig. Alleinstellung, absolute Alleinstellung. Also das muss euer Anspruch sein, diese Alleinstellung zu finden. Und die zweite Stufe ist das Thema Inszenierung. Dann reden wir über Marke, dann reden wir über Erscheinungsbild, dann reden wir über das, wie kannst du spannend sein für deine Kunden. Und der dritte Schritt ist die Profilierung, also wie kannst du bekannter sein. Also Positionierung, Inszenierung, Profilierung. Das sind die drei Schritte. Das heißt, ihr merkt schon, in der Mitte, wie so ein Sandwich, wie so ein Hamburger, in der Mitte ist das ganze Thema Marke. Nicht ganz am Anfang, nicht ganz am Ende, in der Mitte. So, das heißt, bevor ihr loslegen könnt, muss eure Marke ja einen inhaltlichen und formalen Ausdruck haben. Das heißt, sie muss inhaltlich aufgeladen sein mit dem, was ihr machen wollt. Es muss also, eure Marke muss dafür stehen, ja, warum seid ihr angetreten, ja, wie unterscheidet ihr euch, auch das. Und der formale Ausdruck natürlich die Gestaltung, wie sieht das Ganze aus, wie fühlt sich das Ganze an. Ist es zeitlos entwickelt oder ist es eher trendy und in drei Jahren nicht mehr aktuell. Also da muss man gut aufpassen, ja. So, das heißt, die Positionierung wäre so der erste Step, in den ihr eintauchen müsst, um herauszufinden, haben wir überhaupt eine Alleinstellung ausgearbeitet und inwieweit kann das die Marke zum Ausdruck bringen. Das ist ganz wichtig, denn ich erlebe ganz oft in internen Workshops in Unternehmen, das versucht wird, auf Basis der vorhandenen Assets eine Alleinstellung zu finden. Und das sind dann ganz weiche Faktoren, wie zum Beispiel, dass man sagt, ja, wir wollen die beste Qualität im Markt. Wir wollen einfach die bessere Qualität liefern als der Wettbewerb. Keine Alleinstellung, ja. Ist ein Wert der Marke, meinetwegen des Unternehmens, aber es ist keine Alleinstellung. Ja, oder wir wollen individuell beraten, ja. Der Wettbewerber hat auch Berater, die wollen auch individuell beraten. Keine Alleinstellung. Also das muss sofort für den Betrachter, für den Kunden, für euren Kunden einen Unterschied machen, warum das Vertrauen zu eurer Marke entsteht und warum er sich euch aussucht oder sich für euch entscheidet. Das ist ja der springende Punkt. Das Rauschen im Hintergrund ist übrigens die Heizung. Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ihr über das Design eurer Marke euch intern austauscht, dann legt also ein Strategiekonzept zugrunde und das möchte ich wirklich euch ganz, ganz ans Herz legen. Also ganz, ganz sehr ans Herz legen. Komisches deutsches, komischer deutscher Satz. Also die Strategie am Anfang muss einfach sein, dass ihr euch überlegt, wie schaffe ich es mit meiner Positionierung, mit meiner Unternehmensstrategie, mit meiner Marktstrategie in den Markt zu gehen. Und da ist es ganz interessant, wenn ihr ein mittelständisches Unternehmen beispielsweise seid, dann entsteht folgender Effekt über die Jahre hinweg. Ihr habt irgendwann mal das Unternehmen gegründet und habt eine Unternehmensleistung. Stellt euch das irgendwie als Balken vor, so ein langer Balken. Und über die Jahre kommen immer neue Unternehmensleistungen dazu. Das heißt, dieser Balken wird in der Breite immer länger. Er wird immer breiter. Und diese Unternehmensleistung, für die steht zum Beispiel dann der CEO. Also wenn du mit einem CEO essen gehst, dann kann er dir die komplette Unternehmensleistung vorbeten. Warum? Weil er es entwickelt hat. Unter diesen Balken entstehen dann die ganzen Marketing- und Vertriebsabteilungen oder andere Abteilungen, HR und whatever. Und die sind aber, und das ist das, was ich beobachte in Unternehmen, auf diese Reise der Verbreiterung der Unternehmensleistung oftmals nicht mitgenommen worden. Fehlende Kommunikation intern beispielsweise. Oder es ist einfach zu komplex geworden über die Jahre. Das kann ich mir gar nicht alles merken. Ich sage einfach, wir machen das. Das heißt, die Leute suchen sich dann natürlich den einfacheren, den bequemeren Weg und suchen sich eine Unternehmensleistung aus und sagen, mein Unternehmen steht für. Und wenn das zum Beispiel ein Marketingleiter macht, dann kommuniziert er natürlich auch seine Perspektive auf das Unternehmen. Ganz interessant. Also Perspektive CEO, er weiß Bescheid über die komplette Unternehmensleistung. Perspektive des Marketingleiters oder auch des Vertriebschefs oder des Personalchefs. Das heißt, sie suchen natürlich dann auch nur Personal für die eine Unternehmensleistung, die sie so im Kopf haben. Oder für die Perspektive auf das Unternehmen, die sie eingenommen haben. Und was entsteht, wenn ihr euch diese Balken nochmal vorstellt? Ihr habt den ganz großen, breiten Balken der Unternehmensleistung oben. Darunter die Marketing für Triebs- und Personal. Jetzt mal auf unserem Beispiel gemessen, Balken, die wesentlich kleiner sind. Das heißt, es entsteht ein Trichter. Und dieser Trichter bedeutet, das, was unten im Markt ankommt, ist einfach nur die halbe Wahrheit. Also ist nicht die komplette Unternehmensleistung. Das Potenzial der Unternehmensleistung im Markt ist also noch riesig. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online-Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen eigenen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit als Marke oder auch für den Digital-Marketing-Mix eures Unternehmens. Ganz egal, dieser Online-Kurs wird euch befähigen, diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps, die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de slash Podcast Mastery und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne und jetzt geht es weiter hier. Und jetzt entsteht ein Wettbewerb im Markt, nämlich wer kann am besten die Unternehmensleistung in den Markt transportieren. So, und jetzt kommt wieder unsere Marke ins Spiel. Die Marke hat die Aufgabe der Kommunikation, Markenkommunikation. Das heißt, die Marke kommuniziert einmal nach dem Innenverhältnis. Also schaffe ich es als CEO meiner Company, deswegen sage ich, Marke ist Chefsache, ja, es gehört ganz oben aufgehängt, weil Marke muss über die Unternehmensleistung nach innen gerichtet kommunizieren und klar machen, hey, dafür stehen wir, für dieses komplette Spektrum stehen wir, ja. Und Marke bedeutet eben auch Kommunikation nach außen, das ist das, was dann ganz unten ankommt im Markt, ja. Im Idealfall zu 100% der Unternehmensleistung, aber oftmals, das ist das, was ich sehe, zu 50% oder weniger, ja. Verschenktes Potenzial im Unternehmen, warum? Weil die Markenkommunikation und die Markenführung nicht richtig aufgebaut ist. So, das heißt, also es sind tolle Chancen für ein Unternehmen, wenn das erkannt wird, einfach zu skalieren und zu sagen, okay, wir müssen intern schauen, dass alle die gleiche oder zumindest anderen die gleiche Perspektive einnehmen auf unser Unternehmen, in einer ganzheitlichen Betrachtung, nicht nur durch den Fokus eines Marketingleiters, eines Vertriebschefs oder eines Personalschefs, ja, sondern eine ganzheitliche Betrachtung und dann wird sich etwas ganz massiv ändern, nämlich die Kommunikation in den Markt hinein, aus der Vertriebsecke, aus der Marketingecke, aus der Personalecke, ja, wird es auf einmal einen ganz anderen Blickwinkel auf den Markt geben, es werden ganz andere Kampagnen entstehen, es werden ganz andere Kommunikationsmaßnahmen genutzt, Kommunikationskanäle genutzt, ja, um den Markt einfach ganz anders zu erreichen, weil ich habe ja jetzt eine neue Perspektive auf das Unternehmen. Und das ist die Strategie. Ihr merkt, bevor ich über Marke spreche und mir darüber Gedanken mache, wie ich innen, nach innen und nach außen gerichtet kommuniziere, ist es einfach wichtig zu verstehen, dass je länger das Unternehmen existiert, aber gilt auch für Startups, ja, ist es einfach wichtig, dass ich im Innenverhältnis ganz klar mache, was ist meine Unternehmensleistung. Und jetzt werdet ihr sagen, hey, super easy, das haben wir alles, wir haben ein Intranet, wir haben hier eine Mitarbeiterzeitung oder sonst irgendwas. No, ganz klar, also ich habe Unternehmen besucht, ich habe Unternehmen kennengelernt, die genau das haben, ein Intranet und so weiter und glauben, dass die Unternehmensleistung wirklich durchdrungen wurde von den Abteilungsleitern oder von den Fachabteilungen, ja. Und dem ist genau nicht so. Warum? Weil die Kommunikations-, weil die Markenkommunikation im Unternehmen nicht funktioniert. Also es reicht nicht, dass ich irgendwie einen Post mache und sage, ab sofort bietet unser Unternehmen auch Grün an. Das reicht nicht. Sondern da muss einfach eine neue Form der Kommunikation, ein Workshop stattfinden und das regelmäßig. Das war mir noch wichtig mit aufzunehmen. Positionierungsprozesse, Markenentwicklungsprozesse oder Vermarktungsprozesse sind keine Prozesse, die abgeschlossen sind. Wenn ich also verstanden habe in meinem Unternehmen, dass diese Prozesse laufend, ständig, immer in einem Kreislauf funktionieren, dann habe ich gute Chancen, dass tatsächlich meine Unternehmensleistung im Markt auch ankommt. Und einmal im Jahr mindestens würde ich einen TÜV machen lassen, mir einen externen holen und sagen, hey, habe ich wirklich noch eine Alleinstellung? Wie sieht es im Markt aus? Und orientiert euch nicht am Wettbewerb. Es gibt eine schöne Story, die würde ich euch gerne noch mitgeben. Es gibt eine Versammlung von Apple und eine Versammlung von Microsoft. In der Versammlung von Apple sprechen alle nur davon, wie sie besser geworden sind im Vergleich zum Vorjahr. In einer Versammlung von Microsoft sprechen sie 70% ihrer Zeit darüber, wie viel cooler und besser sie sind gegenüber Apple. Versteht ihr, was ich meine? Also dieser Branchenvergleich, dieses Schauen, ey, was macht denn der andere in meiner Branche? Ja, der macht das im Zweifel genauso schlecht oder genauso gut wie du. Aber diesen Jump zu machen, in eine andere Branche zu schauen und zu sagen, hey, ich bin Lebensmittelindustrie und ich schaue mal in die Automobilbranche. Wie machen die das eigentlich? Ja, da ist der Wert. Also besser zu sein, als man selbst vorher war, das ist die Challenge. Und über den Tellerrand hinaus zu schauen, sich inspirieren zu lassen von anderen Branchen, andere Freigeister ins Unternehmen zu holen, die eben nicht den ganzen Tag auf dieselbe Marke starren oder derselben Unternehmensleistung dienen. Also das ist ein ganz wichtiger Impuls und ich werde jetzt einfach noch eine weitere Folge aufnehmen hier und darüber sprechen, wie man das vielleicht machen kann. In diesem Sinne, ich gehe jetzt was trinken und nehme gleich hier noch eine Podcast-Folge für euch auf. Denkt einfach mal drüber nach, das Thema Marke und das Thema vorweggehende Strategie. Also es ist wirklich ein ganz wichtiger Impuls für alle, die genau wie ich so brennen für etwas und sofort loslegen wollen. Ja, in diesem Sinne nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao. Bis zum nächsten Mal.